Die Einschubenspiele bei den 10. Senioren-Europameisterschaften 2013 in Eurofielen, der Torrance Championships am 1. Juni 2013 in der BVB Arena in Bremen. Die Einschubenspiele bei den BVB Arena in Bremen. Die Einschubenspiele bei der BVB Arena in Bremen. Die Einschubenspiele bei der BVB Arena in Bremen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.